An welches Fach oder welchen Kurs denkt ihr jetzt noch gerne zurück? Klingt sehr ungewöhnlich, aber tatsächlich denke ich oft an Mathe zurück. Es gibt hier einen Professor, der Herr Blappert, der macht Mathe 1 und 2, zumindest bei dem Studiengang, den ich hier belegt habe. Und ja, das macht es sehr, sehr gut und sehr verständlich. In der Schule war ich nicht der Beste in Mathe, sagen wir mal so, aber der Blappert bringt es relativ gut rüber und es macht tatsächlich auch Spaß. Also wenn man hier anfängt zu studieren, kann man sich tatsächlich auf Mathe freuen. Das war so mein Fach, wo ich positiv dran zurückdenke. Bei mir war es tatsächlich das Vertiefungsfach beim Herrn Gluck, das SCM im sechsten Semester, wo es viel um Prozesse, Logistik, Supply Chain ging, wo ich tatsächlich auch in Richtung Optimierung ging es hauptsächlich. Und das habe ich dann auch sehr viel adaptiert, auch im privaten Umfeld, wo man dann gewisse Prozesse optimiert. Und das begleitet mich heute noch und ich denke da sehr gern zurück und habe die Tipps auch, wie gesagt, privat umgesetzt teilweise. Und das erinnert mich immer sehr zurück. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.